Nein! Egal. Wir rushen einfach durchs Spieltour. Warum ist die wir zu? Ich hab die nicht zugemacht. Cool. Ähm, das war ja gar nicht die gleiche Tür. Komm her. So, Mann. Anzugsenergie. Forever. For to win. Los, gib mich. F6. Oh, hier ist nur eine Treppe, Treppe. 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 Alter, ist das mies. Ich hasse diese Dinger. Hallo, was bringt mir das? Cool, ich hab ein Kreisrennen. Juhu. Nee, äh. Hier rum. Was bringt mir das? Hallo. Oh, Leben. Leben, 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 Leben. Oh, wieviel ich komm denn heute? Oh, sind ja, fisch. Äh. Ach, hier war ich doch. Ja, toll. Das hab ich ganz übersehen. Scheiße. Ähm, dann rennen wir runter. Scheiße, das war nicht die Treppe. Ja, aber wenigstens haben wir wieder Leben dazu bekommen, ne? So, super. So. Okay, die, die geht da nicht auf. Das wird bestimmt G-Man hinter. Der beobachtet uns wieder. Der stalkt uns. Aber hier war die, die Tür. Ne? Ja. Ah, hör auf. Alter. Was ist das denn? Nein. Halt, stopp. So. Nervt mich nicht. Hier ist auch Leben. Das wollen wir uns direkt mal. Damit wir 100 haben. So, das muss gemacht werden. Das ist wichtig. Ähm, auch wenn ihr das spielt, ihr müsst die Kisten unbedingt da reinschmeißen, sonst funktioniert das nicht. Nein, Scherz. Ähm, war einfach nur just for fun. F6. Das ist so. Ich finde ja die Mod immer noch saugeil. Ich finde ja die Mod immer noch saugeil gemacht, ne? Also, sieht so schön aus und da merkt man richtig, da ist Mühe drin gemacht. Genauso wie ein Cry of Fear. Oh, oh. Schmeckt's? Ey, guten Appetit, ne? Dir? Wollte ich nur sagen. Schmeckt's denn? Noll. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Und sechs. Äh, sechs. Okay. Genau das musste ich machen. Nein. Ich musste drausspringen und dann drehen. Karussell fahren. Karussell fahren. Ich muss doch kaufeln. Alter, der rutscht da runter. Das ist nicht meine Schuld, das ist der Wind. Alter. Nee. Nee. Yay. So geht das. Hier fehlt nämlich ne Tür. Danach F6 hier. Kiste. Nichts drin. Und Kabel. Kabel, 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 Kabel. Und Anzugsenergie. Und Lade Daten. Juhu. Ja, meine Damen und Herren. Wir laden wieder die Daten. Das ist eine sehr schöne Sache bei der Source Engine und bei der Golden Source Engine. Golden Source ist übrigens Half-Life 1, ne? Also für Leute, die nicht so Nerds sind wie ich, die wissen das halt nicht. Aha, muss ich jetzt einfach runterspringen. Ich bin froh. Und dann? Ich bin froh. Du bist also nichts zufrieden. Ich bin froh. Ja? und dann muss ich hier runter ich denke jedes mal gleich bricht doch gleich irgendwas ein gleich bricht doch 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 was ein Alter, öh, 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 okay, hier kann ich draufstehen, alter, los, ah, alter, nein, halt, stopp, okay, das geht nicht, oder, doch, ja, ob das gewollt war, oder nicht, ich weiß es nicht, weil eigentlich kann ich mich nur daran erinnern, dass man da so durchrutscht, ich gehe nicht auf, ich will nicht aufgehen, ich bin ja blöde Typ, ach, die gehen alle nicht auf, ja, muss ich hier durch, Hallo, äh, lol, hä, oh, 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 ist das ich wusste es doch irgendwie ausstellen oder gibt es hier irgendwas leiter übersehen habe ich etwas übersehen leute cool aber ich glaube nicht dass das gewalt ist oder doch weiter bin ich schnell okay dass das war komisch okay f6 oder wasser über Ende und das wasser ist aber so ekelhaft er kommt es bestimmt radioaktiv verseucht bestimmt dass das um Reaktor Kühlwasser oder irgendwie sowas ein tunke wieder ein ding wieder ein zerhacksler wo muss ich hin alter ich könnte nicht bei so einer strömung gegenschwimmen wo ich jetzt echt in den zerhacka oh mein gott alter geht doch runter ach okay man muss in den zerhacka ich will nur oben schwimmen alter ja nee schwimm doch hoch jetzt man ah da ist ne leiter okay ja das ist das level ist komisch oh mein reviver habe ich wieder f6 ich glaube ich bin richtig ah nein ah geh weg oh bin ich so lahmarsch hallo okay f6 nochmal und oh ne oh ne oh ne leite treppe ich war aber halb f1 aber auch nicht ah okay wenn wir mal da irgendwie zurück schwimmen müssen okay ja ich denke ich muss da hoch äh alter homofürst die hallo alter ich kann nicht hoch was das alter ich will nicht rein Ah danke und f6 okay hier um denke ich mir mal die treppe nach oben oder eine treppe nach unten ich gehst du erst hoch 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 wieder irgendwie alter was gibt die mir so viel leben okay was macht das das hat das ausgemacht okay den zerhexler das ist ja hier okay und dann gehe ich nach unten mal kurz gucken was da ist ich laufe immer treppen runter ich renne auch im real life weiß treppen runter damit scheiße alter und zwei von den scheißviechern sich verarschen überlebt das nicht überlebt das ist glaube ich eine müllpressung oder so was bringt mir das denn hier hätte ich genauso gut auch zu hause bleiben können jetzt ehrlich alter ist voll scheiße hier bringt gar nicht ich weiß nicht trotzdem trotz dass es jetzt gerade mit 60 fps läuft läuft nicht wirklich flüssig oh mein Gott ein hintertürchen okay ich wollte eigentlich zurück ach da ich verstehe ich verstehe alter dass ich oft mal an den geländern hängen bleibe in den müll 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 so und jetzt kann ich nämlich 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 warum sage ich einmal nämlich das gibt es gar nicht das wurde da jetzt kopf anstoßen tisch tasche lampe F6 please oh mit den beladen dann mach ich direkt nochmal F6 danach h h Ich weiß nicht, wie man das Lade-Daten aufnehmen kann. Verstehe ich irgendwie nicht. Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott, hier ist nichts! Oh mein Gott, ich kann hier nicht weiter! Yay! Ähm. Ich will kein Leben verlieren. Nein, ich will das nicht. Nein. Nein. Hier ist irgendein Knopf. Alter! Dieser scheiß Leitern! Da ist aber nichts, oder? Na, wenn da irgendwas ist, Muni. F6, mach ich jetzt hier. Und wenn ich dann... Ah. Okay, hier guck, hier ist nichts. Nix. Nada! Jetzt kann ich das aufmachen. Oh oh. Pressen. F6! F6! Ah! Nein! Aua! Aua! Halt, Stopp! Ach so! Oh, äh, noch was. So. So haben wir es geschafft, Alter, Leute! Musik! Da... wollte ich nicht rein. Musik! Musik! Äh, so. Da sind nämlich... Bomben. Mal gucken, was hier ist. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ich kann hier nach unten latschen. Alter! Hält ein bisschen viel aus, das Vieh, ne? Alter! Stürb doch jetzt mal! Hast du Müll gefressen, du... Alter, Müll schlucker, du... Mmm... Mmm... LOTuda das... verwürzeujter, lacking können,